Ja da... Da ist der... Da ist das... Was ist das... Was ist das? Was ist das? Ja, lasst uns... Was ist was? Das ist schon wieder hier. Okay. Das ist ein neues Kapitel. Beginne ich. Was haben wir denn hier? Dolores Kapitel. Ein seltsamer Traum. Okay. Was war denn das jetzt für ein Schlüssel? Was wir bekommen haben? Ah, war das vielleicht? Ah, ist doch die Kratzetür. Oh, nee. Ah, was? Ah, okay. Oh, das ist ja schwer. Das ist ja schwer zappendusere Ding. Oh, das ist ja schwer zappendusere Ding. Okay. 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 Ach, also das ist ja schwer. Oh, komm. 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 Ah, ich will die Kamera in die andere Hand nehmen. Jetzt haben wir es. Die Musik ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Mit dem kleinen Scheißspiegel. Ja, das ist hier auf dem Flur, genau. Da kann ich nichts machen. What, 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 what? Wie? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo macht er denn so einen Scheiß, ey? Oh. Ja, ist ja geil. Schön, schön, schön. Erfreut mich ja total. Wo gehen wir jetzt raus hier? Oh, Kinder, nee. Ich lass mal einfach. Sehr Respekt da rum. Kannst du nicht einfach Scheißradium aus der Wand drucken? Oh, nee. Ihr seid so blöde Wichser, ey. Mann, warum macht ihr so was? Kerze, komm, Sachs er eben. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, ich will mich hoch. Ich will da nicht hoch. Ist doch ein Spiegel, oder? Oh, ist doch mal ein Kleduser hier, Alter. Machen wir doch rüber an. Äh, ich, ähm, 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 ähm. Wir machen es mal so. So, mit so einem kleinen Feuerzeug verbaffnet fühle ich mich ja noch ein bisschen sicher. Noch zusätzlich. Hier war ja nichts mehr. Haben wir noch irgendwo im Keller oder irgendwas von der Feuerzeuge? Na gut, checken wir es. Checken wir es mal out. Oh, ist nicht gut, wa? Ist nicht gut. Komm, mach an hier, die Scheiße. Das ist nicht gut. Ach, ach. Ach. Ah? Schaukelstuhl, okay, okay, aha. Mann, die Scheiße. Oh, nein. Oh, der verkackte Dachbombe. Der dreht hier schon wieder ab, ey. Komm, stell dich mal ins Licht, entspann dich kurz mal. Oh, da läuft einer rum, oder was? Komm, ruhig dich jetzt mal. Wo ist denn das? Können wir damit auch was machen? So, ich muss mal wirklich ganz kurz mal warten, bis sich das Gehirn wieder ein bisschen akklimatisiert hat hier. Unser kleiner Protagonist tendiert zum Abdrehen. Der Spiegel scheint ja ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Und das sind doch die Collectibles, die wir gefunden haben. Ah, wir haben noch zwei gefunden. Und überdruhe ich das. Hier werden die also gelagert, das ist ja schön. Wie war das denn eigentlich hier? Ja. Ah, ich hab's Glück, auch noch zwei. So großartig erst mal für uns. Tja. Können wir machen? Und wie du in the shadow. Oh, so ein Pisser. Was macht denn jetzt? Sehr clean. Darfst du mal. Mein dynamisches Inventar ist voll. Gut. Das ist über uns, wa? Dieser Schaukelstuhl, der ist über uns. Tabletten. So, mal kurz ein bisschen Licht tanken hier. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie auf den Dachboden kommen. Wie kommen wir auf den Dachboden? Nee, können wir nix machen, ne? Arbeitszimmer. Hier noch irgendwas. Ah, das ist noch ein Feuerzeug. Zwei Feuerzeuge, so. Ich würd's ja gerne wirklich mitnehmen. But, ich bin voll. Voll mit unter Dach, Junge. Kerze, würd ich wie den Fall noch gerne mitnehmen. Die Glühbohne. Ich würd fast sagen, ich brauch's auf jeden Fall. Oh, was? Oh! Oh! Oh, nee! Oh! Was war denn das? Oh! Sollen wir hinterherlaufen? Oh, scheiße! Oh! Oh! Was bist du? Ja, das bringt's jetzt hier. Ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh! Oh! Mach doch die verkackten Landmann, was soll denn das? Warum renn ich jetzt hier wie am Dunkeln rum? Oh! 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 Ja, wa? Hallo? So, also das Bild war auf jeden Fall nicht da. Ah, Feuer. Äh, die Kiefer ist noch da. Ich sit nie in. Das ist ja schön. Das ist ja schön. War das jetzt der Typ, den wir gerade gesehen haben? Wer ist dit? Wie geht, wer ist dit? Der zieht aber auch... Äh, lebensbejahend. Einfach lebensbejahend aus, diese Frau. Wunderbar. So, ich denke, wir haben jetzt unseren Griff. Hey, super. Füll'n scheiß Dachboden. Oh Mann, ey. Ah, hab's auch noch. Haufenweise Glühbohnen. Und Feuerzeug. Ah, mein, mein. Okay. Na dann, würde ich mal sagen... Let's go. Upstairs. Das ist witzig, weil jetzt auf einmal wieder alle... ...alle Lichter an sind. Mann, halt. Wirklich diese bepisste Radio, ey. Macht da aus. Schmeißet da einfach irgendwo hin. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen chillen. Erstmal kurz. Und dann gehen wir in den Dachboden. Auf den Dachboden. Auf den Dachboden. Also, muss glaube ich nicht erwähnen, dass ich da nicht hin möchte, oder? Der Griff ist außer Reichweite. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm, ey. Nö. Äh. Er liegt doch lieber hier im Keller drin, ey. Scheiße. Oh, das ist ja überhaupt keine gruselige Scheiße hier alle, etwa. Mir passiert gleich irgendwas schlummelt. Wie ist das? Kann ich denn die nicht aufmachen? Nein, kann ich nicht. Slam, gerne, doch. Na, ist ja nicht mal ein Traum. Ach, scheiße. Ah, ist ja wunderbar. Hier können wir noch Annabelle reinpacken, oder was? Schön, 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 schön. Ganz toll. Da ist er. Da ist er. Der Scheichhockstuhl. Und jetzt werdet nicht schon beschissene, gruselige Scheiße hier noch. Irgendwie wird es untermalt von tausenden von dissonanten Geigen, die sich nicht entscheiden können. C-Boll. Nein, lieber Na-Moll. Major-7. Hallo? Oh! Alter. Sieht man es? Sieht man es? Ey, fürchterlich. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Warum, warum dreht ich jetzt schon wieder so ab? Was ist denn Schlimmes passiert? Außer ein Stuhl, der von alleine hier rumwippt und ekel Horror gruselt. Scheiße Bilder hier an die Wänden. Ah, auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Er ist verschlossen. Ja, nö. Toll. Schön, 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 schön. So, jetzt kommen wir wieder dazu. In Visage sollte man nie zu nah an irgendwelche Kanten, Löcher hin, wenn man ansonsten reinfällt. Und zwar schon einen Meter vorher. Diesmal jetzt anscheinend. Äh? Okay. Okay. Wir sind im Schlafzimmer, aber... So, jetzt kommt Doc Brown rein in die Hand. Marty, ist das funktioniert? Welches Jahr haben wir? Ja, wir sind doch im... Das ist doch das Schlafzimmer, ne? Nur ohne Tür und anscheinend... 60 Jahre? Kinderriege. Es scheinen Teile zu fehlen. Ja, nee, super. Sieht doch nicht darüber, irgendwie bei Visage in irgendwelche Löcher hinzuspringen. Hast du immer was von. Ist immer geil. Ah, ja, wir sind so... Kameraoberfläche und Feuerzeug in die Tiefe. Wunderbar. Vielleicht sind wir aber auch einfach selber tot und im Geist. Und deswegen können wir uns im Spiegel nicht sehen. Halbgeist. Vampir. Ghost Faces. Okay, dann schauen wir uns mal um. Auf dem Kästchen ist ja ein musikalisches Symbol. Das ist verschlossen. So, hier sind eine Menge Zahlen aufgeschrieben. Das ist aber der gleiche irgendwie wahr, oder? Kann das sein? Fünf, null. Lagerbar. Wichtiger Gegenstand. Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Ja. Ich würde sagen, Kassette in Audiotapes. Oder? Äh. So. Okay. Was haben wir denn hier schönet? Okay. 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 5, 0, 3, 7, 3, oder was? Würde ich jetzt mal sagen. 5, 0, 3, 7, 3. Okay. Ähm. Mixtape. Dolores. Schizophrenia Disorder. Na bitte. Na bitte. Schön. Wir wissen mal gleich, was los ist hier. Äh. Errungenschaft freigeschaltet. George Annenken. Na, 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 naaaain. Naaaain. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice, whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Ja. 50373. Okay. Dann nehmen wir uns doch mal die Kassette. Und gucken, ob das hier funktioniert. Oh. Hm. Aus rein, Junge. Was? Wie? Wie? Ach da, eh. Ja, michig in Lager. Gut. Nice. Schöne Kassettenbox gefunden. Läuft also. So. Und, wie komme ich hier wieder raus? Hä? Wie komme ich hier raus? Hallo? Ja, das... Gut. Gut. Nehmen wir die Kassette mit. Ist ja gar kein Problem. Äh, was gibt's denn hier noch? Koffer, Koffer, Koffer? Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Wie in Spianekunst kommt immer gut. Was? 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 Oh, ich habe bestimmt... Oh, ich komme gleich bestimmt wo, Scheiß. Das sieht auch so ein bisschen komisch aus. Eklig, Kotze und Psycho. Wunder. Ganz toll. Das ist ja der Kleiderschrank. Das ist eigentlich der Kleiderschrank, oder? Der, äh, in Lucis... Zimmer wird. Okay, die Tür ist zu. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Komme ich über den Spiegel? Hallo? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Ja. Farbe? Geschmack? Lebensfreude? Hey... Das ist der Schlüsselpantoffel. Die Schlüsselpusche. Und so geht's... Gibt's hier die Sachen groß liegen, oder was? 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 Mann, nee. Nee, 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 nee. Ah, okay. Okay, 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 okay. Warum? Warum? Ja, ich denke nicht, dass sie das jetzt raussehen, irgendwie. Ah, fuck, ey. Ja, ich denke nicht, dass sie das jetzt raussehen, irgendwie. Ja, ich denke nicht, dass sie das raussehen, irgendwie.